Musik Gronau, schwerer Verkehrsunfall auf der A5. Lebensgefährliche Verletzung zog sich am Samstagmorgen ein Mann auf der Autobahn 5 zu, nachdem er gegen 6.30 Uhr mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkam, sich überschlugen gegen einen Baum prallte. Der VW-Golffahrer fuhr in Richtung Frankfurt und verlor auf der Höhe der Anschlussstelle Gronau aus bislang unklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Heute Morgen erhielten wir eine Unfallmeldung mit eingeklemmten Fahrzeugführern. Vor Ort konnte man feststellen, dass der ca. 30 Jahre alte Golffahrer den linken Fahrstreifen der BRB 5 in Fahrtrichtung Frankfurt befuhr, aus bislang ungeklärter Ursache in Schleudern geriet, über beide Fahrstreifen, den mittleren und den rechten, in den rechten Grünstreifen fuhr und dort mit einem Baum kollidierte und eingeklemmt im Fahrzeug zum Stehen kam. Die Bereitschaftspolizei Bruxelles waren auf dem Weg zu einem Einsatz und waren die ersten Fahrzeuge und leisteten S-klassige S-Hilfe. Beim Eintreffen hier an der Einsatzstelle wurde die verletzte und gemeldete, eingeklemmte Person bereits von einer Bereitschaftspolizei, die mit mehreren Fahrzeugen hier vor Ort waren und Privatpersonen zusammen mit dem Rettungsdienst aus dem Fahrzeug herausgezogen. Also laut unseren Informationen vom Rettungsdienst ist die Person lebensgefährlich verletzt und die Aufgaben der Feuerwehr waren dann den Brandschutz hier sicherstellen und die Batterie abzuklemmen. Der Schwerverletzte wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Karlsruher Klinie gebracht. Für die Landung des Hubschraubers musste die Fahrbahn für ca. 30 Minuten voll gesperrt werden.